Herzlich willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten Emblemsports. Ja, wir sind hier zurück bei der Auslosung zur Elgato Game Capture HD von den Top 5 Emblemen der Woche. Und ja, nochmal kurz, um das System zu erklären. Wir haben vier Wochen lang jeweils einen Sieger der Woche. Und der bekommt dann eine Zahl von mir zugelost. Und diese Zahl wird dann in einen Lotteriethof geschmissen und über random.org ausgelost. In der ersten Woche hat gewonnen hier Disco for Life 2010. Deswegen bekommt er die Nummer 1. Midnight Hunter hat sich in der zweiten Woche den ersten Platz geschnappt. Deswegen bekommt er die 2. Midnight Hunter hat sich in der dritten Woche den ersten Platz geschnappt. Deswegen bekommt er die 3. Und Mr. Schlange 96 hat sich in dieser Woche den ersten Platz geschnappt und bekommt deswegen die 4 zugelost. Ja, jetzt folgendermaßen. Wir gehen jetzt hin auf random.org. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Und generieren uns eine Zahl zwischen 1 und 4. Und der Gewinner bekommt dann die Elgato Game Capture Card. Genau, Game Capture HD. Und schreibt mich dann einfach an mit seinen ganzen Details über YouTube am besten. Ja, und dann kann ich euch die auch zuschicken. Gut, dann drücke ich euch allen viel Glück. Viel Glück. Ich drücke euch allen viel Glück. Genau. Ja, ich drücke euch allen die Daumen. Und viel Glück für euch. Und dann wollen wir mal los hier, ne? Wer gewinnt es? Wer gewinnt es? Generieren! Es ist die 3! Es ist die 3! Und somit gewinnt Midnight Hunter. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es dir auch wirklich sehr verdient. Du hättest wahrscheinlich sogar noch diese Woche gewinnen können. So zumindest laut den Aussagen in den Kommentaren unter dieser Woche. Ich muss ehrlich sagen, dein Emblem hat mir auch wirklich super gefallen. Allerdings wollte ich es dann nicht zu offensichtlich machen. Und dann, was heißt offensichtlich machen? Ich wollte es nicht zu leicht machen. Du hättest dann 3 Sachen gehabt. Und ich meine, so hast du sie verdient gewonnen. Gratulation. 50% Chance hast du dir geholt. Und melde dich auf jeden Fall bei mir, damit ich dir das Ding zuschicken kann. Viel Spaß damit. Und wir sehen uns denn wieder. Also, ihr könnt noch eure Embleme einschicken an diebestenembleme at gmail.com. Und wir sehen uns dann am nächsten Samstag wieder. Wenn es wieder so heißt. Top 5 Embleme der Woche. Macht's gut. Haut rein. Ciao mit V. Und Mädels, Hupen vom Tisch. Schön warm einpacken. Dass ihr gar nicht abwehren. Tschüssi.